Und weil es so Spaß macht, hier bin ich wieder. Euer Hogi von ArtenGamesTV ist nämlich wieder fleißig unterwegs. Genugen, killen und äh, naja, wischend. Ich wette, hier geht's wieder im Kreis. Aber das werden wir gleich rausfinden, weil ich geh nämlich jetzt hinten raus. Geh du um? Eine Milchsonne. Was ist drin? Sauerstoff. Ja. Flutsch und weg. So, warte mal hier. Oh. Ha! Ich mach dich mehr als kalt! Halt still! So, so. Alter! Der hat aber ne Muskel. Muskelwummel. Sapperlott. Sapperlott! Oh, der ist eine kleine Schlagelot. Oh, 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 oh. Spinn der? Ich glaub, der bei dem hat's. So. Jetzt hackt's bei dir auch. Ach, wirklich? Verpiss dich, ja genau. Verpiss dich. Alter, immer noch nicht drauf. Jetzt aber. Irgendwo ist doch hier noch. Ey, ich soll vielleicht mal... Hallo? Alter! Alter! Einer? Die sind doch alle wahnsinnig. Jetzt aber. Hm. Hm. Näh. Näh. Mag kein Schof finden. Äh. Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich rausfinden. Du sagst es. Arme Teufel, du bist doch jetzt hier wieder. Erstmal nachladen. Kann nicht schaden. Hm. Ja, was haben wir denn da? Dusel, Bruder. Dusel, Bruder? Ah! Oh, was der Herr? Schleicht er sich einfach von hinten an, der... Zwerg. Was kannst du? Hm. Was meinst du eigentlich? Irgendwas Besonderes, oder? Nee, ist auch bloß ein Weißes. Hm. Aber doch, das mit. Zack. Schrottplatz, Körper. Ist richtig gut. Alter, was ist denn da los, Mann? Mir geht's ja zu wie in Star Wars. Erstmal Uni einsammeln. Haben wir Zeit, ne? Boah. Äh. Einfach herrlich. Sie ist so ein bisschen furcht. Alter, der echt ist fast nicht mehr abgeschossen. Ich glaub, er hat den nicht eins. Der Fleisch kommt in das Feuer. What? Ich hasse es, wenn mein Schild in die Luft geht. Da fühle ich dich immer so nackt. Irgendwie. Lass mal schauen, was gibt's hier Schönes. Was ist das? Lobbit Grenade. Hm. Du hast einen Granatenmutter erhalten. Hm. Ich freu mir. Vorsicht, Sauerstoffniveau 50 sind. Geht ins Fallen. Geht ins Fallen. Oh. Erstmal Luft auffüllen hier. So, wo ist der Vogel? Ich wollt doch eigentlich. Hm? Hm? Wieso ist die Tür zu? Versuch's auch. Ah! 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 so nachdem ich ihn jetzt gelegt habe darf ich jetzt leben verlassen hab ich jetzt eigentlich ne habe ich immer noch nicht und kriegt denn das jetzt ich hätte so gern neuen waffen platz doch mal aus schauen wir mal ob wir hier noch passendes test objekt finden und wäre ja super so hier ach wirklich das heißt ja ja Ich habe zwar keinen Ton verstanden von dem, was du gesagt hast, aber mach dir nix, du bist tot, du kannst mir gar nix, waaat, das hat schon irgendwie ein bisschen Durchschlagskraft, das Ding, aber das Treffen damit es nicht so, nicht so, nicht so, hm, da muss ich noch ein bisschen üben mit, hallo, so, so, wo geht es jetzt hin, da rein wohl nicht, aber da gibt es noch was, der Stadt ist, okay, wir müssen wohl da oben rauf, hey, die Witzka, wollen wir noch weiter rauf, so, und hier, kommt hier noch was, oder nicht mehr, oder, wie schaut das hier aus, Kollegen, also, ein bisschen Zeit hätte ich, aber wir können ruhig rauskommen, bevor die ganze Welt hier in Schutt und Asche gelegt wird, hallo, äh, ha, achso, kann man da rein? Ne, hier kann man nicht rein, schade, das finde ich doof, aber da drüben, Was haben wir denn da, schönes? Ui, 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 so, was haben wir da? Erstmal Nasty Ratatat, das ist langweilig Das ist ne Pistole, das ist auch ne Pistole, das ist auch ne Pistole, und das da oben, das seh ich nicht, das ist auch ne Pistole, das ist alles Pistole? Hm, Och, ich, äh, hm, äh, Ich nehm einfach alles mit, oh, oh, Ja, äh, luft, 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 Toll! Das habe ich ja super gemacht! Pfff! Uuuuh! Also das ist nicht die leichteste zu lösen! Muss ich schon sagen! Ja! So ist richtig! Ratatatatat! Rumpst die Pumpel! Rumpst die Pumpel! Gasp all last! So, ähm... Warte, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich habe keinen Plan eigentlich! Irgendwie bin ich hier jetzt vor lauter Luftsuche wahrscheinlich eh in die falsche Richtung gelaufen! Ich weiß es nicht! Ah! Oh Mann! Erstmal Überblick verschaffen hier! Wir sind da! Ja! Da ist unser Ziel! Äh... 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 Da haben wir noch was! Achso! Das ist gar nicht hier! Das ist da hinten! Na dann machen wir erstmal... Warum bist du? Und wohin jetzt? Boah! Ich würde mal sagen dahinter, ne? So! Äh... Da lag doch... Ja... 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 Das ist aber schön! Dann gehen wir doch einfach mal da lang! Oh... 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 Und jetzt? Wie die will abhauen! Ja super! Der... 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 Wie die will abhauen! Wo will die denn hin? In ner trostlos öden Weltgeschichte ist doch nix! Wo will die hin? Ich hab doch keine Ahnung wo die hin will! Oh... Oh... Ich glaub ich leg mal einfach mal kurz hier... Schön hier... Zack! Äh... Zack! Wunderbar! Äh... So... Ja und jetzt? Wo ist die? Ich hab so das dummste Gefühl ich bin hier falsch! Oder? Oder auch nicht? Muss ich wieder hier hoch? Oder... Komm ich überhaupt? Uah... Ich glaub ich komm hier gar nicht hoch! Kann das sein? Wie? Doch ich komm hier hoch! Aber... Das war's auch schon oder? Ja! Ja... Jeja ja 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 ja... Hm? So will ich dir folgen, meine Teure. Sei unbesorgt. Wir werden das große dunkle Tor gemeinsam durchschreiten. Meine Schwingen tragen mich zu dir in den Abgrund. Boah, zwei Psychofliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben das Universum etwas gesäubert, Kammerjäger. Hol dir deine Belohnung bei mir ab. Ah ja. Okay. Okay. Da, wenn das so ist, dann... Ja. Das ging ja einfach. Na, dann holen wir uns doch mal ab, was die nette junge Dame für uns übrig hat. Ah nun, laufen. Laufen, laufen. Aha. Und wir laufen. Was ist das? Da steht doch tatsächlich noch einer rum. Äh. Ich hab so das dumpfe Gefühl, da wird nicht der Einzige bleiben. Die sind wahrscheinlich alle wieder da. Überraschung. Kann ich aus. Ah. Was zum Teufel. Ah. Nein. Nein. Warum? 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 Wot der helst. Epis. Der macht mich bereit. Opferbar. Alter. Was ist das? Der macht mich bereit. Der macht mich bereit. jetzt geht es hier aber richtig zur sache ich habe hier munitionsverschleiß ist ja nicht mehr feierlich ja juiuiuiuiuiui Nein! 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 Äh... Nein? Nein! Oh nö! Nicht wirklich! Sind wir jetzt wieder hier oder was? Äh... So was doof ist aber auch... Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für die Folge, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten wieder und nicht vergessen, Kommis! Ich will ja schließlich wissen, was ich hier für eine Scheiße mache. Bis dann, tschu tschu!